In unserem Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs lernst du, wie du im Notfall richtig reagierst, wenn ein Kind oder Säugling deine Hilfe benötigt. Hallo, ich bin die Rauber und ich bin ehrenamtliche Kursinstruktorin Manu Marquesan. Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener und reagiert im Notfall natürlich auch dementsprechend anders als ein Erwachsener-Kurs tun würde. Es muss dementsprechend auch etwas anders gehandelt werden. Daher ist unser Kurs speziell darauf abgestimmt, dir die wichtigsten Lerninhalte zu Kindernotfällen näher zu bringen und die Sicherheit zu verschaffen in diesem Handeln in speziellen Notfällen. Dazu zählen zunächst die Grundlagen der Erste-Hilfe und erweiterte Erste-Hilfe. In mehreren Vorträgen werden wir dir außerdem die verschiedenen Notfallbilder am Kind, diverse Kinderkrankheiten und Erste-Hilfe bei Verletzungen näher gebracht. Mit Hilfe von verschiedenen Praxisübungen lernst du dann zum Beispiel einen Notfallcheck, eine Reanimation am Säugling oder am Kind durchzuführen. Des Weiteren lernst du auch die potenziellen Gefahrenzonen für das Kind im Haushalt kennen, um so schon im Vorfeld Präventionsarbeit leisten zu können. Eltern, Großeltern, Babysitter, werdende Mütter und Väter und Personen, die im Arbeitsumfeld viel mit Kindern zu tun haben, ist angeraten, einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind zu machen. Wenn dich das Erste-Hilfe-Fieber gepackt hat und du an einem unserer Erste-Hilfe-Kurse teilnehmen möchtest, dann schreib jetzt eine E-Mail an erstehilfe-at-wien.balkeser.de. Wir freuen uns über deine Nachricht. Aber da ist es nicht so schön. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über die Nachricht. Wir freuen uns über die Nachricht.